Ich glaube er hat mich gesehen. Ja die haben mich gesehen. Why? War da noch jemand hinter ihm? Na super. Muss ich auf jeden Fall nochmal speichern bevor ich auf ihn losgehe und schauen ob da hinter ihm irgendjemand ist oder wie zur Hölle ich den da töten kann. Also ab und zu mal ein save game. Ah ja ok da ist tatsächlich jemand hinter ihm. Die frage wie bekomme ich den down? Komm herrnd. Au 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 Au. Ist sehr gut ist sehr gut ist sehr gut. Wie mache ich denn das am besten? Oh was? Das war nicht der Ladescreen. Auch wenn es so aussah. Come on. Okay. Hat er mich gesehen? Sieht beinahe so aus. Oh dammit. Okay an den beiden komme ich wohl nicht so leicht vorbei. Das ist eine gute Abwehrstrategie ehrlich gesagt. So kann ich die beiden nicht töten. Schaue ich mal ob ich die vielleicht an einem anderen Punkt besser erwische aber. Sieht nicht so aus ehrlich gesagt. Ich mache hier aber auf jeden Fall mal alles dunkel. Falls die wieder vorbei kommen. So. So. Hier kann ich dann nämlich nur wieder speichern. Kann einfach mal weiterlaufen. Hopp. Ups. Dammit. So. Auch das Problem gelöst. Dann verziehe ich mich wieder in den Schatten. Schatten? Schatten? Thank you. Das war. Little bit. Close. Come on. Come on. Okay die beide haben sich getrennt. Das war ihr größter Fehler den sie tun konnten. So. Das bedeutet. Sehr schön. Ich kann jetzt die Wache ausschalten. Sobald sie vorbeikommt. Oder war das jetzt ein extra typi? Ich werde es wohl testen müssen. What I hear? Gut. Perfekt. Haben wir den auch erwischt. Und hier in dieser Selle kommt sowieso nie jemand rein. Das heißt. Perfekto. Alles läuft gerade wie am Schnürchen. Jetzt wird auch Zeit ehrlich gesagt. So. Ich bin mir 100% sicher man kann diese Mission auch machen ohne irgendwelche Aufmerksamkeit. Aber nö. So macht zum meisten Fun für mich. Hihi. Bam. Ich bin da ein bisschen Completionist mäßig. Also ich möchte da schon irgendwie alles erledigen. Und im Sinne von alles erledigen halt. Alle Wachen töten. Oh. Da hinten ist einfach ein... So. Das war nicht gewollt übrigens. So eine Mine kann einen glaube ich ganz schnell verraten. Huch. Na toll. Ich muss nochmal neu picken. Dum 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 dum. Nein. Das war's. So. Bäm. Ich sollte mir endlich mal die doofe Taste merken. Komm mal. Gold. Das war schön. Okay. Haben wir das schon mal erledigt? Erledigt. Erledigt. Bitte. Was genau können wir hier jetzt anstellen nachdem wir das geschafft haben? Ido und Knopf. Das sind explizitive Pfeile. Das sind Säcke die ich aufnehmen kann. Und ein Stein. Und... Da ist... Eine Passage. Irgendwo dahinter scheinen irgendwo Leute zu sein. Kann ich speichern ohne Probleme. Kann ich hier die eine Wache ausschalten? Ja. Scheint so. Come on. Come on. Dum 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 dum. Tut mir leid Wache. Du bist tot. Pretty much dead. Okay. Wo können wir dich denn hinschicken? Ich... Ich... Ich leg dich mal zu deinen Kumpels. Oh. Beide bist du ja nicht mehr tot. Ich töte ja hier nicht mal jemanden. Ich habe hier einen getötet. Und das war ein Zivilist. Der hat's verdient. Dum 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 dum. Die Zivilisten die da mitmachen sind immer am schlimmsten. Ich meine die Soldaten werden ja wenigstens dafür bezahlt. Die Zivilisten sind vielleicht mehr oder weniger freiwillig hier. Dum 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 dum. So. Okay. Was kann ich jetzt hier erledigen? I'm curious. Das ist nicht offen, aber das interessiert uns recht wenig. Komm. 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 Weiter. Ja. Suppi. So. Schätze. I like treasures. And I cannot lie. Irgendwie sowas. Äh. Hier bin ich sicher. Auch wenn der Lichtstein was anderes sagt, aber egal. Da ist niemand. Nö. Ja. Come on. Die haben wir auch erledigt. Die bringen wir auch schön in unser gemütliche kleine Zelle. Da wird's ihr gut tun. Das ist nicht irgendwie unsere Mörderzelle oder sowas. Nö. Ähm. Mörderzelle. Da war das nicht. Ach. Da ist sie. Muss ich erst eine Runde drum laufen. Aber da sind die Leichen zumindest sicher. Ja. Und bam. Diebsein ist auch nur ein Job wie jeder andere. Muss hier halt auch den Dreck wegräumen. Und so. Tch 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 tch. Hier entlang. Da entlang. Dann da hoch. Ist da oben auch sicher. Ha ha ha. Wenn man alles hier so schön fein sauerwellig räumt. Dann ist doch alles am besten. Hier könnten Wachen eventuell vorbeikommen. Ich höre zwar gerade keine Wachen. In irgendeiner Form. Hm. Ich habe einen Schlüssel. Für irgendwas. Und da kommt gleich jemand. Okay. Ich werde nicht speichern, solange ich hier nicht sicher bin. Ich habe meine Lektion gelernt. Das heißt aber auch. Dass ich den hier jetzt vorbei lassen muss. Komm. Ich weiß auch nicht wie weit. Der ist jetzt weg. Okay. Wohin ist er? Nichts. Okay. Hier sind offenbar noch ein paar Leute. Hm. Dann verstecke ich mich erstmal hier. Wo ich mich nicht verstecken kann. Na toll. Weil hier bin ich sicher. Da ist niemand. Gut. Damit. Jetzt nirgends. Dunkelheit. Thank you. So. Das habe ich gebraucht. Irgendwas. Innerhalb der Mission. Wo ich mich verstecken kann. Menschenskinder. Ist das so schwer. Zu kapieren. Ähm. Sehe ich jetzt vielleicht auch wo der entlang läuft. Ah ja. Sehr schön. Hi. Liebe Wache. Na. Was geht? Tja. Soviel zu der Wache. Diese Wache ist keine Wache mehr. Und da hängt ein Zettel. Den habe ich noch gar nicht bemerkt. Erstmal räumen wir den Track weg. Yay. Track weg 3000. Dum dum dum. So. Hier entlang. Ich glaube schon wieder falsch oder? Da dürfte es aber eigentlich auch sicher sein. Um ehrlich zu sein. Ja. Hier kommt eh niemand mehr hin. Also von dem her. Brauche ich nicht so weit zu laufen hier. Supi. 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 Dann lesen wir mal was hier steht. Sicherlich extrem wichtig. For the last time tell the maid to stay out of the banner room and don't touch anything in it. It is a room where I can have peace of mind. My collection is too precious to risk any clumsiness from cleaning. Okay. Sehr schön. Das heißt wir dürften nah an der Vase sein. Irgendwie. Machen wir noch ein bisschen Licht aus würde ich sagen. Wir haben zwar nicht mehr so viel. Machen wir mal ein bisschen Licht aus würde ich sagen. Wir haben hier ja nicht so viel. Nein das war nicht der YouTube Bug. Das war ich. Dum dum dum. Man muss das ja dazu sagen. Sonst denken die Leute das Video wäre wieder komisch. Oder hätte Fehler. Womit sie eigentlich. Öh. Okay. Toilette. Öfters mal recht hätten. Hm. Okay. Hier ist wieder einiges mehr los. I'm curious. Was ist in diesem Raum? Eine Vase. Eine Vase. Ha. 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 Ich habe die Vase. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise die richtige. Aber egal. Wir haben sie. Wir sind in Sicherheit. Safe. Juhu. Okay. Was nun? Was nun? Von links und rechts höre ich Stimmen. Aber ich kann die nicht zuordnen. Gerade. Das ist schlecht. Hm. Jetzt läuft das Spiel übrigens um einiges flüssiger. Ich überlege gerade ob ich vielleicht dann bei der nächsten Aufnahme Session vielleicht ein paar Qualitätsdetails wieder höher stelle. Diese Map hier scheint angenehm zu laufen und hat keine Probleme bei mir. Das ist sehr schön. Das ist bei weitem nicht Standard hier. Gut. Nichts da. Nichts da. Hier vielleicht. Du 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 du. Ist da jemand drin? Nichts. 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 Du hast nichts gehört. Wie krieg ich dich jetzt in Sicherheit? Ich weiß nicht. Oh. 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 Hm. Was tue ich jetzt mit der Soleiche? Ich könnte jetzt einfach wieder zurück in meinen Savepunkt gehen. Äh. Okay. Ich muss wieder meine Tweet nach, äh, äh, Benachrichtigungen ausschalten. Hatte ich nur an wegen dem gestrigen Twitch, äh, der Dings, DK Stream mit TrueMG und so, den ich auch retweetet habe. Damit ich den mitbekomme, weil er hatte ja am Anfang gesagt, er startet erst später mit den beiden Trash Games. Und da ist wieder die beste Möglichkeit, dann benachrichtigt zu werden, wenn es dann mit den guten Sachen losgeht. Was war davor? Speedrun Versuch von, äh, Castlevania. Stimmt. Äh. Oh. Ich hab was vergessen. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Zurück zur Leiche. So. Da war nämlich noch was in der Leiche dran, richtig? Komm. Selektier's. Äh. Oder auch nicht. Hab ich das voll mitgenommen? Ne. Hab ich nicht. Da. Komm. Please. Thank you. Es war einiges an Geld. Es ist ein bisschen doof gewesen, das da liegen zu lassen. Ich schätze mal, es ist das wert. So. Okay, hier bin ich sicher. Ich wüsste gern, wo die anderen sind. Es scheint es noch einige Wachen zu geben. Aber ich kann hier ja so ziemlich gefahrlos entlang laufen. Würde ich mal so sagen. Gehen wir das mal mit. Und ran bin ich lautlos. Das ist nett. Das ist sehr nett. Okay. In der Ecke. Das ist ein Schatten. Ja. Gut. Ein Speicherpunkt. Das ist schon irgendwie cool. Man kann es wirklich als Speicher.